Bei einem Let's Play. Wir sind schon wieder auf dem Schrottplatz. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich hier anfange. Uiuiui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich muss erst mal gucken, scheiße. Siehst du, ich guck schon, ich drück schon die falsche, oh, da ist einer. Ich drück schon die falsche Taste. Das ist eine Kreditterung. Hoffe ich zumindest. Okay, wir haben keinen Ruin. Es ist Freddy. Ah, okay. Dann ist es eh egal, weil da ich ihn eh nicht sehe, bleibe ich dann immer so lange, bis ich gefasst bin. Oh ja, das wird jetzt auch gleich sein. Hast du gerade, das heißt, sein Liegenkopf? Ja, ja, ja. Ich bin aber weg. Oh, er ist direkt hinter mir. Ja, er hat, ah, jetzt schlafen sie jetzt schon beide. Ich seh dich. Ich weiß, wo du bist. Boah, ich lauf den Klotz in den Weg, Hilfe. Das finde ich so schlimm, wenn die dann sauer sind, ja, äh, ähm. Ja gut, wenn... Ja gut, wenn... Ja gut, wenn du bist, weil wir abstreifen, aber manchmal kannst du halt echt nichts dafür. Wenn du jetzt links läufst, dann kommst du zu mir. Ah, ja, nee, noch ein bisschen weiter rechts. Ja, wo bist du denn? In der Mitte? Ähm, ganz am Rand. Ich suche ja gerade eigentlich verzweifelt einen Generator. Ja, komm zu mir, ich weck dich dann auf. Du läufst gerade geradeaus weg von mir. Äh, warte, hier ist aber ein Generator. Okay. Achso, oh, das ist der Fall... Oh, ich hab Falsche gesehen. Entschuldigung. Ups. Ach, da hinten ein Wagen-Generator, wo ich war. Oh, ich bin auch so blöd manchmal, ehrlich. Oh, und auch noch im Keller. Ja, super. Ja, was das natürlich blöd ist, der Generator vom Anfang ist jetzt weg, ne? Oh, ist bei mir. Ja. Okay. Ich hab gleich nochmal einen fertig. Ich versuch's, ihn mal zu retten. Ich hab ja keine... oder auch nicht, Freddy ist bei mir. Okay, ähm... Ah, er wird gerettet. Ich geh zum nächsten Generator. Generator. Ist weg. Oh, übrigens, es wird jetzt auch bei Dead by Daylight, ähm, die, woher die Blutpunkte passt. Dass es nämlich so viele Killer gibt. Sprich, die Blutpunkte von der Survival-Wahrheit erhöht. Hä, wieso kann ich nicht mehr... Äh, das... das ist cool, aber wieso kann ich nicht mehr schleichen? Hallo, was ist jetzt los? Was? Die Schleichtaste funktioniert nicht mehr. Wo bist du grad? Äh, da wo ich eben... ja, da hast du mich ja nicht gesehen. Uh, ich laufe mit Freddy, glaub ich, grad in die Arme. Der andere ist recht gut im Lupen. Ich hör immer das Lied und dann... laufe und dann weg. Ah, ich hab dich grad gesehen. Ich bin links von dir. Hinter der Killerhütte. Da wo der Wolf rollt. Äh, nein. Äh, ne, hier ist die Plodette, aber ist auch okay. Ja, fang mal mit dem an. Wobei, warte, ich komm zu euch. Ist noch ein Platz frei. Wir haben aber grad mal... äh, ne, das ist ein Zweier. Scheiße, weil, ähm, die Tussi ist jetzt an meinem... Ah, sie ist jetzt weg, ja. Okay. Ja, die andere steht im Schrank. Und Freddy hat sie gefunden. Ach, da hinten. Entschuldigung! Anna! Du verrätst uns! Ey, du kannst hier nichts meckern, okay? Also... Also, dafür, dass ich jetzt heute mein erstes Match seit Monaten wieder habe... Oh, warte, kriegen wir den noch? Den krieg ich noch. Dann sofort zu ihr rüber. Ja, ich renne in eine andere Richtung. Huh! Er beißt hinter mir her, glaub ich. Nein, bei mir. Sicher? Ich bin hier voll im... Ne, er hat mich reingezogen. Ne, ich hab ihn. Er hängt an mir, ich hab ihm die Palette ins Gesicht kauft. Stimmt. Stimmt, stimmt. Tut mir leid, ich heil dich jetzt nicht. Renn um dein Leben, Freddy ist unterwegs. Ja, er kommt zu euch. Mich hat er verloren. Na super, dann gehen wir hier mal weiter. Oh oh, was ist das denn? Wieso höre ich jetzt auf einmal die Musik? Hä? Ja, der ist zu euch gekommen. Ja, aber die habe ich eben nicht gehört und da war der direkt hinter mir. Okay. Also dieses... Bei dir ist es verbuggt, oder? Irgendwie ist es ein bisschen... Hi! Oh, warte! Oh! Ich... Ähm... Ja, ich hab mich grad auf... ...weckt. Achso. Ich... Ja, ich war grad schon... Entschuldigung. Anstabt! Aber wenn er jetzt noch nicht weiß, dass wir hier sind... Okay, ich geh zu einer in Richtung. Aber er ist hinter mir, glaub ich, weiter her. Ich mein, ich seh ihn ja nicht. Er war grad beim Ende. Ne, ne, ich glaub... Er ist... Ne, er tut bitte Momo. Verfolgen. Ich geh hier an den Chen, wenn wir noch einen machen und der stirbt, dann... ...dann haben wir... ...Glück. Bei A, Claudette... Sie sind gar nicht toxisch unterwegs. Nö, nö. Bist du an dem Generator, wo wir grad waren? Ähm... Ja, natürlich. Nein, okay, ich bin grad am Toten. Achso, okay, ja. Unsere ist fast fertig. Aber ich kann wieder zurücklaufen, das ist kein Thema. Weil der eine wird so ziemlich hier grad aufgehangen. Mhm. Ich kann immer noch nicht schleichen. Was ist das für ein Mist hier? Scheiße. Guck, dass dir nichts passiert. Wir sind jetzt... Ja, aber das ist doch echt Mist. Ja, klar. Ist zum Kotzen. Ja, vor allen Dingen hab ich alles auf städtische Umgehung und alles... ...hat die mich jetzt erschreckt. Holst du sie? Ja. Mach ich den Generator hier weiter? Oh nein! Freddy ist da. Holst du ihn? Äh, sie? Oh, er ist direkt auf mich. Ähm, hast du Freddy jetzt auch am Arsch? Ja. Oh scheiße, dann hol ich die Tüssi. Ich denke auch mal, dass sie hinterher kommen. Geil, ich such die Luke. Sieht man die in der Traumwelt? Oh, ich lass mich aufwecken. Scheiße, er hat mich. Fuck. Oh, hier war aber auch nichts. Äh, Moment. Adi. Ich muss hier sogar schon gucken... Achso, hier ist ein Haken. Ich muss sogar schon gucken, wie ich hier wiggle. Oh shit. Ähm. Also, er ist noch bei mir. Guck du schon mal um dich rum, ob da irgendwie die Luke ist. Ich glaube, er kämmt hier. Oder er hat einen riesen Terrorradius. Hm, der kämmt. Der hat den anderer auch abkämmt. Deswegen suche ich die Luke. Hol dich. Ausgang ist auch offen. Ist er noch bei dir? Ja. Ich bin wahrscheinlich die einzige von unserem Trupp, die geliehen... Jetzt ist er weg? Ne, jetzt ist er wieder da. Wenn du die geliehene Zeit dabei hast. Nehme ich mal an und ich hänge am Haken. Äh, der Claudette kommt. Die will mich jetzt abfarben, glaube ich. Ja, ich bin gerade auch da. Und vielleicht kommt er. Er kommt zu mir. Er geht wieder zu euch. Hier ist die Luke. Hier ist die Luke. Komm hin, tritt zum Bus. Genau, gerade aus, gerade aus. Ich hab ihn direkt am Arsch. Komm her, komm her. Mach auf, mach auf, mach auf. Komm! Er hat mich noch geschlagen. Ja, das wird eifer der Menschen wie Gabriel. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich bin endlich auch draußen. Oh! Oh, ich muss mal eben zuschauen. Warte mal, irgendeiner ist noch drinnen. Die andere Claudette ist noch drinnen. Oh, ja, die tut mir gerade lassen. Ah, die kommt aber nicht durch die Luke jetzt. Ah! Entschuldigung. Oh! Ganz schön witzig zu erzeugen. Oh, das war... Er hat mich noch getroffen. Und ich denke, scheiße. Ne? Ich wusste jetzt nicht, ob er mich da jetzt rauszieht oder nicht. Aber dann habe ich gesehen, ich war so am Leuchten. Nach dem Motto Eifer der Menschen. Was hat die denn jetzt? Achso, die hat irgendwas aufgenommen. Wieso geht die nicht durch die andere Tür? Oh! Wir sollten übrigens jetzt schneller aus dem Endscreen raus. Wir wurden gerade nämlich beleidigt. Oh. 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 Oh Gott, ich bin gerade glücklich! Das ist voll schön! Ahh, nee! Die hat es jetzt nicht mehr geschafft. Mist. Schnell raus, sonst hältst du das psychisch nicht aus. Die wird sauer sein. Ja, das könnte sein. Uuuu, achso, du hast einen Kuchen dabei, stimmt. Ja. So, nachdem ich jetzt wieder weiß, wie ich ducken kann, sollte das jetzt... Oh Gott, was für ein Fail, ey. Ich habe mit Mama gesprochen währenddessen. Und habe halt voll das Essen drin vergessen, habe es dann rausgenommen. Und dann ist mir diese heiße Soße überzogen, ich glaube nicht nur. Hi, da hinten ist eine Box, ich gehe gleich mal hin. Ich bleibe dann hier hinten und bewache dich. Dankeschön. Ich gehe schon mal hier zu dem Generator. Ich hoffe, ich lasse ihn jetzt nicht explodieren. Ich würde dich hassen. Ja gut, wenn es jetzt für ihn wäre oder so, könnte das sogar noch passieren. Oh, der eine wird schon verfolgt. Es ist... Ah, schon wieder Freddy. Er hat doch sein Rework noch gar nicht. Hatten wir nicht gesagt, wir nehmen gar nichts mit? Ich doof habe jetzt ein Köfferchen dabei. Ja, das da hinten ist jetzt nichts Besonderes. Es ist ein Gelber. Oh, ist bei uns so eine Nähe? Oh Gott. Er geht auch zu dem Galgen hier vorne direkt. Ähm, sollten wir, was ich nicht glaube, vorher noch das Ding durchkriegen? Äh, ne, er geht in den Keller, glaube ich. Ich glaube, das ist der Kühlerkeller. Einer von uns schnappt sich wahrscheinlich dann Freddy und der andere holt den Typ, okay? Okay, ich versuche mal so ein bisschen sneaky unterwegs zu sein. Ja, das bringt es aber manchmal nicht. Ähm, ich versuche mal ein bisschen offensiver zum Sei. Ich laufe mir, er hat mehr Blutpunkte und kriege es auch sehr schnell hin. Hab ich mich jetzt erschrocken. Der ist gerade von gerade aus voll in mich reingelaufen. Äh, ich laufe dann schon mal mit dem Galgen, wo ich dann gleich hängen werde. Yo, ich hole den Typ jetzt vom Hafen. Ah, ich sehe dich. Also, ja, deine Aura. Nein, scheiß, der Kampf an der falschen Seite. Okay, aber du hast ein bisschen Zeit. Also, er geht hier vorne noch zum Haken, aber rennt raus, rennt raus. Ja, ja, ja. Ich hänge. Ich bin in den Schrank rein, hoffentlich war das nicht zu spät. Naja, aber anscheinend kein Camper. Ich schaue mir hier gerade selber in den Ausschnitt rein. Das ist sehr interessant. Ich jammer mir einen ab, während sich einer heilt und einer ein Generator. Und auf den anderen sehe ich dich. Warum sehe ich euch eigentlich? Ich habe doch gar keine Bindung. Äh, weil du hängst. Du hängst, siehst einen da immer. Echt? Ja, der ist gerade hier bei mir irgendwie. Nee, der ist jetzt auf den anderen gegangen. Der kommt schnuscht, weil ich in meine Richtung. Nee, das bist du, glaube ich. Das bin jetzt ich. Aber noch einer rennt hier. Wer ist schneller? Äh, ach nee, du bist das vorne. Okay, der andere hat sich eben gedu... Ach nee, das war der, der verfolgt worden ist. Ah, ah, okay. Komm mit mir. Ich laufe. Ich eile. Ich fliege. Oh, schau. Ich disconnecte nicht. Soll ich dich heilen? Ähm, also ich habe ein Köfferchen. Das geht, glaube ich, schneller, oder? Ja. Ich verballere das einfach mal. Ich bin nämlich jetzt schon bis zur Hälfte. Ich glaube, Senpai wird jetzt dann gejagt. Wir brauchen noch einen. Chen, wenn dann Senpai tot ist, kriegt man Luke. Ah, wobei, Senpai ist hier in der Nähe. Der ist bei dem Baum. Nein, sag das nicht. Ich sage dir dann Bescheid, wenn wir abhauen müssen. Ich habe nur Lalalala gehört. Nee, der lubt ihn gerade. Aber das war gut. Ich renne so geradeaus, auf einmal Lalalala. Sorry, aber Empathie ist das geilste Perk, was wir hier laufen gerade weg von uns. Macht dir keinen Kopf, dass sie beschäftigt. Und er macht seinen Job auch recht gut. Ach, da hinten ist er okay. Den Chen kriegt man nur durch, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ist nur die Frage, ob wir die Luke kriegen. Ist auch die Frage, ob wir so Arschlöcher sein sollen. Oder ob ich ihn vorher nochmal abhängen soll oder so. Ich würde nochmal kurz abhängen, weil ich bin noch nicht kannt. Ich gehe jetzt in die Richtung. Falls Freddy mich verfolgt, ja. Holst du. Ich will dich nicht in die Pauze nehmen. Ich will dich nicht in die Pauze nehmen. Ich mache einen großen Bogen in die andere Richtung. Weil wenn man jetzt nur einen Chen macht, könnte man den Typ hier sogar mitnehmen. Bist du jetzt bei ihm in der Nähe? Nee. Oh, der hat Overcharge. Der Freddy. Freddy ist bei uns. Oh, du blödes Mistfiel. Musst du mir jetzt ins Gesicht fliegen? Ich dachte, da kommt noch ein Skillcheck und wir haben uns unter einer Palette keilt. Und ich habe der jetzt voll die Palette auf die Schnauze gekauert. Achso. Kurze Frage, wo bist du? Vor dieser Hütte an den Jendrern. Okay. Ich glaube, dass die Killerhütte direkt neben mir ist. Nicht ganz so clever, dass ich hier stehe. Oh, und Freddy ist auch schon da. Okay. Oh, hier ist ein verfluchtes Totem. Oh, hast du mich erschreckt? Oh, Mann. Ich mache das mal weg, oder? Ja, wenn Freddy mich danach nicht erwischt. Jetzt kommt er wieder zurück. Ja, jetzt hat er mich. Ich versuche mal, zumindest von der Killerhütte wegzukommen. Oh, Mann. Okay, er jagt mich nur weg. Ja, ich habe dich gerade gesehen. Ja, er will, glaube ich, die Generat... Nee, ist irgendwo hier. Oh, da ist er. Ja, ich habe dich... Ich habe dich gesehen. Ich gehe zu Clodet und mache mit ihr den Jendrern fertig, weil dann können wir Lucas rufen. Mit ihr. Okay, er hat nicht. Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hasse es. Das wollte ich sagen. Die Clodet rennt schon zu dir. Noch ist aber hier... Oh, ich muss hier... Also, ich habe eben beim Laufen nichts gesehen. Was ist denn? Eigentlich hat er mir wachsam angezeigt, wo er ist, aber ich konnte ihn nicht sehen. Irgendeiner hebt mich jetzt ab, obwohl Freddy da ist. Okay. Clodet, ja. Ich bin an dem Chen. Oh, er geht direkt auf mich. Ja, ich denke mal... Fuck. Ich laufe hier außen gerade dran vorbei. Mhm, du rennst gerade in meine Richtung, aber... Aber ich höre ihn nicht mehr. Willst du herkommen, dann wecke ich dich auf. Nee, nee, ich bin nicht am Schlafen. Ich muss mich nur heilen. Achso, okay. Ich habe hier der halbe Generator schon fertig, aber mein Schlüssel liegt hier gerade frei rum. Oh, ist er bei dir? Oh, ist er bei dir? Okay, weil du rennst weg. Ja, ja, ich kann mich nicht mehr heilen. Fuck. Okay. Ist er da? Nee, das war dieses... Ich glaube, es war... Nee, überladen? Also, dieses mit den ganz kleinen... Overcharge, ja. Ja. Der Chen hier ist gleich fertig. Such schon mal dann nach der Luke. Okay. Geh du lieber weg, damit er dich hier nicht findet. Wenn ich mich dann höre, ne? Oh, 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 oh. Okay. Auf... Zu... Hier ist eine lila, eine Toolbo... Ach, ja gut. Brauch ich jetzt auch nicht. Toolbo? Toolbox. Ah, die dahinter wird geklopft. Oh, die kann man gleich assozial zurücklassen, wenn man will. Hier, hier, rechts rum. Geh rechts rum. Geh rechts rum außen entlang. Hier ist die Luca an dem Chen. Hier. Ja, weißt du was? Ich versuch, das Medlet zu holen. Oder mach mal hier, holen wir uns noch ein paar Punkte. Ich heil dich. Ah, die ist da hinten. Scheiße. Ähm. Weißt du was? Hier, nimm den Schlüssel. Ich versuch, sie noch zu holen. Und du machst auf. Oder soll man sie liegen lassen? Na, hab ich halt. Ich weiß nicht, wo Freddy ist. Wenn Freddy hier ist, ist es natürlich scheiße. Ne, ist er nicht. Ich hol sie jetzt. Die soll kommen. Wir sind auf dem Weg. Die läuft woanders hin, die Fatze. Ja, dann lauf weiter. Ähm, Schlüssel mir hin, dann kann ich ihn behalten. Hi. Sollen wir noch ein bisschen Punkte holen? Ähm, nachher zieht er uns raus, oder? Ja, stimmt auch. Wobei, bis der uns eingeschlefert hat. Er ist schon hier, er ist schon hier. Okay, 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 okay. Komm. Oh Gott. Ja, die andere, die hätte kommen, ist aber weiss, ich hab nur das Zeichen gemacht für kommen und hab ein paar Kreise gedreht. Hab ein paar Kreise gedreht. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, du bist bekloppt oder so. Boah, ich hab fast Double-Pip. Also sie versucht jetzt, das Tor zu öffnen. Aber er ist in der Nähe, glaube ich. Ja gut, bis er sie halt eingeschlefert hat. Ja, das... Lauf, 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 nicht T-Becken. Ne, er ist rausgegangen, der Arsch. Das ist nicht wahr jetzt, oder? Der hat disconnected. Was für ein asozialer Killer. Vor allem, weil ich mit seinem Kuh... Boah. Mr. Matione, du bist einfach nur das Letzte, ehrlich.